Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Kurseinheit unseres Online-Kurses Soziale Medien und Schule für wen, wieso, wozu. In dieser Kurswoche erklärt uns Sandra Schön, welche sozialen Medien es gibt, welche Plattformen es gibt und wie diese Plattformen und sozialen Medien funktionieren. Sandra Schön ist Senior Researcher in der Abteilung Innovation Lab bei der Salzburg Research Forschungsgesellschaft. Sie forscht und publiziert rund um Innovation und soziale Medien. Ihr Steckenpferd dabei sind die offenen Bildungsressourcen. Damit das Ganze auch praktisch wird, ist sie beim gemeinnützigen Verein BIMS e.V. unter anderem auch bei medienpädagogischen Medienprojekten mit Kindern aktiv. Mehr zu ihrer Arbeit finden Sie im Internet unter www.sandra-schön.de Die Schülerinnen und Schüler des BG, BRG und MG 3 Hackenklasse in Graz haben wir diese Woche gefragt, welche sozialen Medien sie verwenden und welche Medien dabei für sie besonders wichtig sind. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Absolvierung dieser Kurseinheit. avantatismale GmbH